Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Norn-Truhen-Guide in Muspelheim. In Muspelheim gibt es zwei Norn-Truhen zu öffnen. Der erste Teil ist der Schmelzsiegel. Hier kommt ihr, wenn ihr den Schlüssel dafür findet, auf der Map. Beide Teile findet ihr in der Bucht der Großzügigkeit. Und danach habt ihr das Tor für diese Stelle hier. Und ihr könnt es schon erkennen, die Runen sind auf den Schwestern drauf. Ihr müsst jeweils zwei Prüfungen absolvieren, um die Rune freizuschalten für die Nornentruhe. Danach schaltet ihr ein weiterer Schwer frei, eine Kombinationsschmiede. Dazu bekommt ihr später auch einen Guide, wie ihr dann die Prüfungen am besten absolvieren könnt. Aber es reicht aus, die einfachen zwei Prüfungen zu absolvieren, um die Nornentruhe hier zu öffnen. Ihr bekommt eine Chaosflamme, um eure Chaosklinge zu verbessern. Zum zweiten Teil eine kleine Spoilerwarnung, denn die Truhe finden wir erst gegen Endgame des Spiels. Das heißt, wenn ihr noch nicht so weit seid, würde ich euch raten, abzuschalten. Ansonsten kommen wir dann auch schon zur zweiten Truhe. Im zweiten Teil der Truhe in Muspelheim, in der zweiten Hälfte der Map, eher gesagt, gelangt ihr mit der Story gegen Ende und habt dann hier eine Nornentruhe. Wie ihr sie freischaltet, relativ einfach. Ihr müsst eure Siegelfeile benutzen, um an die Runen zu gelangen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mit einem Daumen nach oben und einem Abo freuen. Ich habe auch diverse andere Trophäengeise zu God of Ragnarok geplant. Einige sind schon draußen. Auch in anderen Mapgebieten, wo ihr die Nornentruhen findet, habt ihr Geise auf meinem Channel. Ansonsten, wenn ihr auch auf Platin-Guide steht von anderen Spielen, ich habe welche von Sekiro, Dark Souls 3, Elden Ring und Astro's Playroom auf meinem Channel. Es folgen auch diverse andere Platin-Guides und auch Trophäengeise zu den kommenden Spielen und auch zu God of War Ragnarok hier. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachspielen des Guides, um die Trophäe voller Bauch zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Swarty. Macht's gut.